Herzlich willkommen zur 135. Folge von Verhundert. Wir haben heute und vor 100 Jahren den 15.1., aber heute das Jahr 2023 und vor 100 Jahren das Jahr 1923. Hier sind Steffen und Luis. Steffen, ich möchte anfangen mit einem Witz, der 100 Jahre alt ist, aus der Wiener Zeitbilder, das war eine Beilage mit so bunten Bildern, aus der Tageszeitung in Berlin, der Forstischen Tageszeitung, Ausgabe 14. Januar 1923. Ja, dann schieß mal los. Kurz, aber schmerzlich. Na, wie geht's im Geschäft? Ach, nix als Ärger. Wir suchen einen Kassierer. Ich denke, Sie haben erst kürzlich einen engagiert. Naja, den suchen wir ja. Das sind die Witze aus der Zeit von vor 100 Jahren. Wobei der gar nicht mal so schlecht ist, finde ich. Ja. Kommen wir zur Gliederung der Folge. Die Folge gliedert sich einmal in Hausmeisterthänen, da reden wir über uns selber und zwei Minuten ist unsere Zielgröße, weniger ist immer gut, mehr ist schlecht. Dann kommen wir zu den Ereignissen von vor 100 Jahren, weil das ist das hier, dieses Format, dass wir die Zeit von vor 100 Jahren wieder auferstehen, die wichtigen Meldungen. Wiedergeben und auch die Stimmung nacherzählen. Und dann kommt die alte Eude, Harald Graf Kessler. Er schreibt viel, er weiß viel, er weiß davon sich selber, dass er viel weiß und lässt es immer raushängen. Und da habe ich sein Tagebuch und erzähle sein Leben nach. Und zwischen dem vor 100 Teil und diesem Hausmeisterteil haben wir auch immer noch Werbung aus dem Berliner Tageblatt vor 100 Jahren. Genau, das ist richtig. Kommen wir zum Hausmeisterteil. Wir haben uns überlegt, mit den letzten vier Folgen waren wir nicht super, wir haben uns überlegt, was wir können besser machen. Und da haben wir uns überlegt, dass wir wieder, eigentlich haben wir uns überlegt, dass wir versuchen immer persönlich aufzunehmen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel online gemacht aus verschiedenen Gründen. Wir wohnen beide in Berlin, aber sehr weit auseinander, ist halt einfach auch bequem. Und wir wollen Dinge anders machen. Und das Erste, was wir gemacht haben, wir machen wieder persönlich, so wie früher. Früher haben wir viel so auf Parkbänken oder so. Einfach persönlich aufgenommen und das machen wir gerade. Und weil sich das im Januar schlecht macht, auf Parkbänken zu podcasten, ist der Luis mal zu mir geeiert. Ja. Und wir trinken Bier. Schönes fränkisches Landbier. Sitz hier an deinem Tisch. Man muss auch sagen, als wir angefangen haben, erste Folge war noch mein Kinderzimmer bei meinen Eltern. Mittlerweile haben sich die Lebensumstände etwas gewandelt, um es vorsichtig auszudrücken. Das ist eine sehr, sehr schöne, große Balkon und es ist wunderschön so. Wir sitzen nicht drauf, sondern es ist kalt. Hinter, 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 hinter Glas. Ja. Ist aber schön. Wunder, wunderschön. Ja, also die Lebensumstände haben sich ein wenig für uns verbessert. Ja, das muss man ehrlich sagen. Ja, die Kurve geht ganz klar nach oben. Nimm das persönlich auf. Haben beide, also mein Jahreswechsel war ganz schön. Ja, bei mir auch. Ich war tatsächlich in Berlin und dachte mir so, holler die Waldfee, so muss sich Krieg ungefähr anfühlen. Die Leute sind völlig durchgedreht. Du hast mir erzählt, das hast du richtig im Herzen gespürt, die Knaller, ne? Ja, es gab so einen lauten Knaller. Also, es ist ja zwei Jahre lang eher stille Hose gewesen aufgrund der Beschränkungen. Ich glaube aber nicht, dass ich das verkläre, dass es vor zwei Jahren nicht so schlimm war. Ich glaube wirklich, dass es dieses Jahr enorm schlecht war. Ich weiß nicht, vielleicht sind doch, ich finde jetzt in einem anderen Bezirk in Berlin, vielleicht sind die Leute ja auch einfach ein bisschen baller, baller. Ich weiß es nicht. Es wird sich nächstes Jahr zeigen. Aber ich finde das übel, also, weil Steffen ist auch in Berlin groß geworden und der hat schon ein paar Silvester gesehen. Könnte man so sagen, ja. Ja, und wenn er sagt, dass das, also das, das fand ich übel, weil ich habe das Problem nicht so gesehen. Ich habe nicht verstanden, warum sich alle mal mit diesem Krieg und alle so aufregen, so nur einen Tag im Jahr. Und was du mir erzählt hast von diesem drei Jahre Dauerkrieg bei dir hier, habe ich mir selbst gedacht, also das wäre auch für meinen Sohn überhaupt nicht lustig gewesen, wäre ich hier gewesen. Also, das ist Mist. Ja, also meine Sichtweise auf Silvester hat sich auch geändert. Klar, man wird doch irgendwie selber alter, vielleicht spielt das auch noch mit rein. Also vor allem auch, als wir einen Hund dann hatten, mit 16, 17 oder so, hatten wir dann Hund. Da habe ich auch mitbekommen, wie furchtbar das ist für so Tiere. Und dann habe ich zweimal Silvester in Spanien gefeiert und das ist so angenehm da. Ja, ich einmal und es ist doch kein Feuerwerk und man frisst Oliven, oder? So war das bei mir. Genau, kein Feuerwerk und man frisst Oliven. Das Problem ist jetzt, dass Steffen war dabei bei meinem Silvester in Spanien, dass du mir das jetzt bestätigt, heißt nicht viel. Doch, aber ich war ja später auch nochmal. Aber du warst ja ein Jahr da. Ich war das Jahr danach auch nochmal Silvester in Spanien. Da war das auch so. Ganz friedlich, Wein trinken und Oliven essen, ne? Ja, friedlich, Wein trinken. Also man feiert schon, aber es gibt diese Tradition in Spanien, dass man kurz vor dem Gong eine bestimmte Anzahl Oliven isst. Nicht, jetzt sage ich Oliven. Die ganze Zeit sage ich Oliven. Weintrauben sind das, Luis. Verdammte Axt. Weintrauben. Und mit jeder Weintraube, die man sich in den Mund stopft, muss man sich etwas wünschen, dass es dann in Erfüllung gehen soll im folgenden Jahr. Und es ist so friedlich, weil nichts knallt. Ja, also ganz friedlich. Moment, beim Weintrauben essen ist es nicht so friedlich, weil du einen engen Takt hast. Also ich glaube, es waren früher mal zwölf Weintrauben in zwölf Sekunden. Also zwölf Sekunden vor null Uhr. Und weil sich da aber so viele dran verschluckt haben, haben die mal den Abstand ein bisschen vergrößert. Ja, die Lottospieler in Frankreich, die spielen ja auch Spanien. Die spielen ja auch Sorgi ein Lotto, die Spanier. Naja. El Gordo, ja. Und ich habe das mitgemacht. Ich glaube, es waren nicht zwölf Weintrauben in zwölf Sekunden, sondern ich glaube, da war der Abstand schon ein bisschen größer. Es ist trotzdem hart. Also erst mal zwölf Wünsche haben. Ich glaube, du kannst dir auch mehrmals den selben Wunsch nehmen. Aber trotzdem so eine Weintraube reinzustopfen, runterzuschlucken, die nächste zu greifen, reinzustopfen, runter. Das ist hart. Ich stelle mir gerade einen aus dem Bekanntenfeld vor. Fußballverein XY gewinnt dieses Spiel. Okay, lassen wir das. Man merkt Hausmeisterthemen, die würde ich jetzt abschließen wollen. Und wir kommen zu der Werbung von vor 100 Jahren und danach mit dem Ereignis von vor 100 Jahren. Und bevor wir zur Werbung kommen, noch ein kleiner Nachtrag. Hendrik hat uns geschrieben, dass wir in der letzten Folge einen kleinen Fehler gemacht haben. Wir haben behauptet, dass die Friedensnobelpreise in Stockholm vergeben werden würden. Dem ist aber nicht so. Es ist Oslo. Das hatte den Grund, dass wir ein bisschen geschnitten haben in der letzten Folge und das leider nicht rausgeschnitten haben. Also vielen Dank an Hendrik nochmal für die Richtigstellung. Und nun kommen wir zur Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.01.1923. Club-Sessel-Sofas aus bestem Rindleder. Große Auswahl, billige Preise. Direkt ab Fabrik. August Senger, Ledermöbelfabrik Berlin. Ein Waggon, 200 Stück Fahrräder. Bekannte Marke ab Freihafen Stettin abzugeben. Eilofferten an Rudolf Pmosse. Säcke aller Art. Neu und gebraucht. Für alle Verwendungszwecke haben Preiswert abzugeben. Gebrüder Abisch. Berlin, 87. Korinastraße 84. Telefonnummer Norden 10964 und 10965. Kommen wir zur ersten Folge des Jahres 1923. 1923, ich habe in meiner Bibliothek zwei Bücher gefunden, die 1923 heißen. Das ist ein entscheidendes Jahr. Das ist ein schwerstes Jahr für die Weimarer Republik. Wir haben sechs Krisen, die im Laufe des Jahres passieren werden. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass das Wort 1923 äußerst häufig in Büchern vorkommt. Und eines dieser großen Themen wird Inflation sein. Richtig. Und das andere ist Reparation. Das ist das zentrale Problem der Nachkriegszeit. Ich würde einmal die Krisen kurz überblicksartig darstellen wollen als Fahrplan. Wir reisen dieses Jahr durch diese sechs Krisen. Und das Jahr endet aber jetzt schon mal durchweg positiv. Dazwischen wird es sehr, sehr, sehr haarig. Also es waren nicht alle schlecht vor 100 Jahren. Ja. Und zwar wir fangen an. Am 11.01., da kommen wir auch gleich zu, marschieren die Franzosen und die Belgier mit 100.000 Mann in das Rheinland ein. Das führt gleich zu Krise Nummer eins. Und daraus kommen gleich zwei neue. Einmal der Ruhekampf, weil die deutsche Reichsregierung aufruft, das zu blockieren, die Besatzer zu blockieren. Es gibt Attentäte, es gibt terroristische Anschläge. Und die Reichsregierung zahlt die Gehälter von zwei Millionen streikenden Arbeitnehmern, dass die nicht für die Besatzer arbeiten. Und die hat das Geld nicht. Also druckt man Geld. Genau. Und das führt zur Hyperinflation, die noch viel, viel übler ist als alles, was wir 2022 gesehen haben. Vor allem unter dem Aspekt, dass wir schon mit 1922 eine hohe Inflation hatten. Genau. Das ist die erste Hälfte des Jahres 1923 bis Juni würde uns das Thema beschäftigen. Und die Renten, die Währungsreform von Reichsmark auf Rentenmark war dann im November. Das sind schon mal drei Krisen. Ja. Und die anderen drei? Ja. Das sind Aufstände. Und zwar, es gibt einmal Separatisten im Westen. Die wollen einen Pufferstaat zwischen Deutschland und Frankreich. Werden auch von Frankreich unterstützt, weil die wollen das auch. Und dann gibt es einen kommunistischen Aufstand in Thüringen und Sachsen. Es gibt... Ja, das kommt mir alles so bekannt vor. Das hatten wir auch schon in den letzten Jahren. Sehr, sehr oft bei 400. Genau. Das ist natürlich der Klassiker. Die Bayern haben einen Notstand und sind sehr unzufrieden im Deutschen Reich. Und wir haben den Hitlerputsch am 9. November mit Ludendorff. Auch in diesem Jahr. Der ist auch in diesem Jahr. Der war auch am 9. November. Ja. Und diese Republik fällt nicht, sie hält durch. Ja. Wahnsinn. Also so eine junge Demokratie mit so vielen Krisen, dass die trotzdem immer noch weiter und weiter und weiter hält. Auch mit so vielen Regierungswechseln. Das finde ich überraschend. Und auch positiv. Das ist für mich ein positives Ding, dass diese Republik hält. Ja. Es wird ja mal gesagt, wenn man so Dokus guckt von, ja, wieder bei Terra X oder wie auch immer die ganzen ZDF-Dinger da heißen, über die Weimarer Republik, dann wird immer gesagt, ja, waren noch nicht so erfahren und das konnte ja nur scheitern, weil sie noch nicht so demokratieerfahren waren. Aber ganz ehrlich, die machen da so viele schlechte Sachen durch. Und das finde ich doch, ja, vielleicht waren sie nicht Demokratieerfahren damals, aber meine Güte, die haben so einiges ausgehalten. Viel beständiger als man dachte. Das Jahr beginnt, wie es aufgehört hat, Reparation. Wir haben eine Reparationskonferenz und die war in Paris. Genau. Übrigens, H.E. Kraft Kessler war auch in Paris. Auch auf dieser Konferenz? Nein, aber er war in der gleichen Stelle. Das wundert mich nicht. Ja. Steffen, wie ist diese Reparationskonferenz ausgegangen? Schlecht für die deutsche Seite und auch schlecht für die Entente-Seite, denn es treffen sich die Briten und die Franzosen und ich glaube, die Italiener sind sogar auch noch dabei. Ja, die ganze Entente und auch die Belgier. Ja, und besprechen, wie es geht jetzt nun weiter. Die Deutschen sagen, sie können die Reparation nicht erfüllen, also diese Forderungen, die gefordert werden. Und jetzt wollen sie, jetzt wollen natürlich die Briten. Einen Zahlungsaufschub. Also die Briten wollen einen Zahlungsaufschub und die Franzosen wollen eine, die härtere Gangart, die wollen Fändung. Die wollen durch Gewalt das Deutschland dazu bringen, die Verpflichtung zu erfüllen. Und beide Seiten kommen aber nicht zueinander. Die Reparationskonferenz, die scheitert ohne Ergebnis, quasi mit dem Ergebnis, dass die Franzosen einen Alleingang machen wollen. Wenige Tage später marschieren 100.000 Soldaten in das Ruhrgebiet ein. Ja, um es mal so zu nennen, wenige Tage später heißt sieben Tage später. Ja. Also die Konferenz scheitert und sieben Tage später ist es soweit. Und offiziell dienen die Truppen nur zum Schutz des breit entsandeten, also es gibt eine Ingenieurskommission, deren Aufgabe ist halt zu prüfen, dass die Kohle an Frankreich geliefert wird. Und das auch, weil man den Deutschen nicht traut. Und diese 100.000 Soldaten sollen die Utilieure halt schützen, offiziell. Ich finde das so Wahnsinn, ja. Also das ist doch allen klar, was das hier eigentlich ist. Und dann trotzdem so einen oberflächlichen Grund zu nennen, dass man hier mit so vielen Divisionen einmarschiert. Sieben Stück. Sechs französische, eine belgische. Das ist ja so viel. Aber, Lugis, warum machen denn die Franzosen das? Also warum können die denn keinen Zahlungsaufschub, wie das die Briten fordern, unterstützen? Warum müssen die denn jetzt unbedingt fänden und unbedingt in dieses Gebiet einmarschieren? Ich habe darüber viel nachgedacht, weil für mich macht das gar keinen Sinn. Nur die Franzosen, die haben sich ja was dabei gedacht. Die Motivation ist ein Geldnot. Die müssen ja selber Kredite bedienen, die sie von den Amerikanern bekommen haben. Zum anderen wurde Frankreich in den letzten 200 Jahren aus heutiger Sicht oder vor den letzten 100 Jahren aus 100-jähriger Sicht viermal überfallen von Deutschland. Und zwar zweimal in den neperionischen Kriegen, dann einmal 871 im deutsch-französischen Krieg und einmal 1914. Deutschland ist aus französischer Sicht der Ergressor. Wir brauchen eine langfristige Friedensordnung und das wäre eine Grenze am Rhein oder ein französisch-höriger Pufferstaat zwischen Deutschland und Frankreich. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man mal die deutsche Sicht hat, sind die Franzosen auch zum Beispiel unter Napoleon in deutsche Gebiete reingekommen. Also auf beiden Seiten ist da viel Aggressor-Potenzial. Franzosen würden sagen, 1 zu 4. Ja, das kann man nichts gegen sagen. Ich muss nicht sagen, dass die Deutschen hier im Recht sind, nur weil ich Deutscher bin. Nein, überhaupt nicht. Das ist ein schwieriges Thema. Die Motivation kann man auch absolut nachvollziehen. Und immer auch wieder dieses Elsass-Lothring, was da immer wieder mit hochkommt. Also was die Leute sich da, naja. Okay, ich wollte gerne noch eine Zahl nachreichen. Du sagtest, die Alliierten haben Kriegsschuld bei den USA und wir haben hier eine Zahl zu stehen im Chronikbuch. Die Kriegsschulden an die USA sind 11,5 Milliarden Dollar. Ja, nicht Mark. Dollar, ja. Und ein Dollar sind so 2.000 Mark. Zur Zeit. Also ordentlich viel. Ja. Das Deutsche Reich muss 132 Milliarden Goldmark zahlen an die Alliierten. Goldmark hier nochmal. Nicht Dollar, Goldmark. Genau. So ein Goldmark ist, da ist ein fixer Wert von Gold zugeordnet. Ja. Nun hast du ja erzählt, dass die Franzosen jetzt mit einer Schutztruppe, wie sie es nennen, am 11. einmarschieren. Richtig. Und vielleicht noch eine Sache. Die, die, die finde ich wichtig ist. Und zwar, wir hatten ja vor dem Ersten Weltkrieg fünf Großmächte. Österreich, Ungarn, Deutsches Reich, England, Frankreich, Russland. Ja. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch zwei. Deutsches Reich, deutsches Reich, entmilitarisiert, Niederlage. Sowjetunion ist noch schwach, Bürgerkrieg gerade überlebt. Ja, kommen wir später auch noch dazu, ja. Die können nicht agieren. Österreich, Ungarn hat sich komplett zerlegt. Gibt es nicht mehr. Und England hat keine nennenswerte Armee. Das heißt, die Franzosen sind die militärische Großmacht überhaupt. Wenn die irgendwo einmarschieren wollen, gibt es nix. Und auch niemanden, außer die Amerikaner, die aber keine Lust haben, in Europa aktiv zu werden, die die daran hindern können. Ja. Deswegen können die Franzosen das einfach machen. Militärisch. Militärisch, kurzfristig, gibt es nix gegen die. Ja, aber militärisch marschieren sie ja gar nicht ein. Sie schützen ja nur ihre Ingenieure. Und vielleicht einen Beitrag von Australika Kesslers Tageberg. Der war nämlich auch in London, vorhin Paris war. Natürlich. Natürlich. Und der hat einen ganz spannenden Beitrag hier im britischen Parlament. Und da wird das diskutiert, dieses Kräfteverhältnis. Und da wird gesagt, es gibt 32, aktuell 32 Luftstaffeln in der Air Force, Royal Air Force, der britischen Luftwaffe. Und die Franzosen am 128. Als Vergleich. Ja, das ist ordentlich. Jetzt muss man wissen, dass die englischen Staffeln ein bisschen größer sind als die französischen. Also realistisch reden wir hier von doppelt so viel vielleicht. Also nicht ganz so, aber die Engländer haben ihre Marine, die ist weltweit führend. Auf dem Land oder zur Luft sind die Franzosen führend. Und die marschieren jetzt ein ins Rheinland. Was auch schon aus dem Versailler Vertrag eh entmilitarisiert war. Und das Deutsche Reich kann nicht und ist nicht in der Lage, mit militärischen Mitteln zu reagieren. Und ruft zum Streik auf. Wo du gerade den Versailler Vertrag mit ansprichst, da gab es ja auch eine andere Regelung schon, dass nämlich im Deutschen Reich auch schon Teile besetzt sind. Und die sollten für circa 10 oder nicht Quatsch für 15 Jahre besetzt bleiben. Vier Städte, Köln, Koblenz, Mainz und Kiel und 10 Kilometer Radius und 50 Kilometer links und rechts vom Rhein entmilitarisiert. Das war der Versailler Vertrag. Und deswegen haben wir auch schon englische, US-amerikanische und französische Truppen im Gebiet. Und jetzt marschieren die Franzosen ein und die Amerikaner finden das furchtbar und ziehen ihre Truppen auch sofort ab und sagen, mit dem Mist wollen wir nichts zu tun haben. Also wir haben so ein Bilderband, wo man marschiert, wie das aussah, als die einmarschiert sind. Steffen guckt gerade drauf. Beschreib doch mal, welchen Eindruck diese Bilder auf dich machen. Was hier passiert gerade? Ja, wir sehen verschiedenste Bilder. Es gibt nur ein Bild von diesen vielen zahlreichen, wo man keine Soldaten sieht, keine französischen Soldaten. Und das ist ein Bild, da gucken die Bürger in Dortmund auf eine Litfaßsäule und da wird abgedruckt, was Lloyd George sagt. Das ist der mittlerweile ehemalige britische Premierminister von Britannien. Und der diese Besetzung ablehnt. Genau, und darunter steht dann hinter dem Bild, dass dieses Plakat auch auf Befehl abgerissen werden musste, entfernt werden musste. Da wollte man also auch keine kritischen Stimmen mehr zulassen. Ein Bild, was ich hier sehr stark finde, ist auf der rechten Seite, Luis. Wir sehen hier sehr, sehr viele berittene Soldaten, die auf ihren Pferden sitzend. Es sind hier zwei, vier, sechs, acht, neun Pferde zu sehen. Und alle Pferde haben sogar noch einen Munitionsvorrat um den Hals, also Patronengurte. Und das sind aber nur die berittenen französischen Militärtrompeter vor dem Rathaus. Oder wir haben hier ein Bild mit einem Panzerwagen auf dem Essener Marktplatz. Da ist Panzerwagen für Paschiengewehr. Ja, vor der Krupp-Statue. Also das macht halt auch was mit einem, diese Symbole. Wenn du da Bürger bist, du hast ja auch einen gewissen Stolz auf deine Herkunft und so weiter. Man kennt das ja vor 100 Jahren. Und dann marschiert wieder mal der Franzose ein. Und du kannst aber auch nichts machen, weil du bist ja entmal militarisiert. Du kannst dich nicht wehren, weil das wieder einen Krieg ausbrechen würde. Das ist deine komplette Übermacht. Und du musst dich hier erstmal zurückziehen, geschlagen geben. Ja. Es gibt dennoch Leute, relativ viele, die sich versammeln. Und dann, es gibt hier zum Beispiel auch das Deutschlandlied, was gesungen wurde. Irgendwo auf dem Rathausplatz oder so. Ich habe gerade ehrlich gesagt vergessen, wo es gesungen wurde. Aber es wurde gesungen. Und da wurde dann auch in die Menge geschossen von französisch-belgischer Seite. Ein 17-jähriger Junge kam da, also junger Mann kam dabei auch vor. Also es gab auch Tote bei den Protesten. Es gab Toten auf beide Seiten, weil halt auch aus deutscher Seite terroristische Anschläge verübt wurden. Eine Todesfolge. Ja. Nur, wenn man da einmarschiert mit vorgehaltenem Maschinengewehr, ich denke mal, das kann man sich ausdenken, dass man nicht mit Blumen willkommen geheißen wird. Und die Leute, die auch nicht alles bis zu Ende durchdenken, ich glaube, die sind auch sehr empfänglich für extremistische Botschaften vom politischen Rand, wenn sowas passiert. Ja. Das erreicht man damit. Du siehst auch, was für eine enorme Anspannung auf Seiten der Alliierten war. Wir haben ja Briefe oder Einträge von einem US-General abgedruckt. Immer nur so ausschnittsweise. Vom US-General Henry T. Allen. Der war in Deutschland stationiert und hat halt diese Besatzungstruppen von diesen vier Städten, die wir hier genannt haben, der Amerikaner kommandiert. Genau. Und da sieht man auch schon, es ist hier 7., 8. bis zum 15. Januar immer auszugsweise was abgedruckt. Und aus den Briefen liest man schon heraus, dass er am Anfang informiert wurde, noch vor dem 11. Januar, also vor dem Einmarsch der französisch-belgischen Truppen, dass er unterrichtet wird, dass die Franzosen einmarschieren werden, aber nur, um die Ingenieure zu schützen. Und man liest schon aus dem Wortlaut heraus, dass er das, dass er erkennt, das ist Quatsch. Also das kann man so gar nicht. Meine 100.000 Mann, also das ist eine Armee. Und dann schreibt er hier auch noch sowas wie, Am 10. Januar schreibt er, Der 11. Januar 1923 wird meiner Meinung nach ein schicksalsreicher Tag für das Wohlergehen der Welt sein. Denn die augenblickliche Lage verspricht für den Frieden und den europäischen Wiederaufbau sehr wenig. Hat er, finde ich, das trifft es genau. Und die Amerikaner ziehen ihre Truppen auch ab. Ja, als Protest. Als klares Signal, dass sie diese Maßnahme isoliert für Quatsch halten. Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass man auch Angst hatte, dass jetzt hier nochmal ein Krieg ausbricht, auch wenn die Deutschen entmilitarisiert sind. Ohne es beweisen zu können, würde ich dem widersprechen. Würde ich jetzt, okay, um es noch auszuführen. Weil hier ganz vorsichtig formuliert wird aus diesem Brief auch hier, dass es jetzt ein schicksalsreicher Tag ist für Frieden, Auswirkungen auf Frieden hat. Und dass man sich aus Protest zurückzieht, gibt mir auch das Signal, wenn jetzt hier was losgeht, wir halten uns hier raus. Dann macht jetzt das bitte, dann seid ihr jetzt dafür verantwortlich. Also, deiner Aussage würde ich persönlich zustimmen, wenn du das mittel- bis langfristig siehst. Kurzfristig, von den Quellen, die ich habe, meine persönliche Meinung, war den Leuten klar, dass es keinen Krieg geben kann, weil es keinen Gegner gibt. Es gibt keine Armee. Es gibt niemanden, der der französischen Armee, die können bis, höchstens in Russland, wer stoppt, die können alles besetzen. Es ist keine Armee übrig. Aufgrund dieser Übermacht, meinst du dann? Es ist keine Armee übrig, die den Franzosen was entgegenzusetzen haben, rein militärisch, schon gar nicht in Deutschland. Hättest du denn gedacht, wenn die Deutschen jetzt doch nicht so stark entmilitarisiert wären, dann wären sie wahrscheinlich nicht einfach so ins Ruhrgebiet reinmarschiert? Dann hätte es einen Krieg gegeben. Also, das Deutsche Reich macht ja alles, um dagegen vorzugehen. Die bezahlen zwei Millionen Arbeiter, starten Hyperinflation und akzeptieren das nicht. Okay. Das machen die, weil die keine Wahl haben. Die haben keine Armee. Aber es hat zumindest eine starke Kriegsanspannung davor. Also, wenn man das machen würde, dann gäbe es Krieg. Und der Gegner wäre da vorhanden. Akademisch. Hätten die Deutschen eine Armee, würde es Krieg geben. Okay. Haben sie aber nicht. Deswegen gibt es kurzfristig keinen. Aber nur deswegen. Langfristig könnte man argumentieren, hätten die irgendwann mal wieder eine Armee, gibt es sofort wieder einen. Und so kam es ja auch. Also, du erzählst auch noch, dass es ja, dass die Regierung alles tut, um dich dagegen zu wehren, ohne Militär. Und so kommt es auch zu einem Streikaufruf. Man soll jetzt hier sich auch passiv verhalten. Es kommt auch zu Sabotageakten. Wir haben auch ein Bild. Da stehen, da sind deutsche Lokomotiven, werden für den Kohlenabtransport benötigt. Und Franzosen reparieren ein zerstörter Stellwerkstellwerk. Die Franzosen haben gerade Probleme, das alles wieder in Gang zu bekommen, die zerstörten Dinge. Und fordern auch Hilfe von den Arbeitern, den deutschen Arbeitern an, um das alles wieder in Schuss zu bekommen. und treffen hier aber auch auf Streik. Auch die Gesellschaft, die sich da um den Codeabbau und so weiter kümmert, haben ihren Sitz verlegt. Und zufällig sind Akten abhandengekommen, mit Zahlen und Daten. Niemand kann sich das erklären, zwinker, zwinker. Und die Franzosen rufen hier auch die verantwortlichen jeweiligen Bosse zu einer Konferenz ein, wollen gerne die Zahlen haben und Aufklärung haben. Das bringt aber niemanden weiter, denn alle Beteiligten verhalten sich passiv und stumm und äußern sich dazu nicht und können sich das auch nicht erklären. Ja, Fritz Thyssen und auch Kuhlenkrupp, diese Industriellen, die werden auch zum Verhaftsstrafen verurteilt, weil sie nicht kooperieren. Nur sind da dann wieder Märtyrer. Das ist jetzt wieder so eine Seite, wir lesen das aus einem deutschen Chronikbuch und sind selber auch Deutsche. Und ich frage mich manchmal, ob wir das nicht zu sehr verklären. so dieses, ja, da kommt der Franzose ins Land und man verhält sich aber hier und mit so einem zwinkenden Auge. Ich lehne das in mich drin total ab. Aber klar, ich habe mir immer versucht, bin ich da hier wirklich neutral? Und die Antwort, nein. Weil ich sehe das nämlich auch so, dieses, das hatten wir tatsächlich auch in der Schule, dieses, es wurde auch vom Lehrer so unterrichtet mit einem Augenzwinkern. Haha, und dann war der Deutsche so schlau und hat zufällig die Akten verlegt. Aber eigentlich müssen wir uns auch mal in eine französische Sicht mal reinwerfen und fragen, warum ist es für die Franzosen so wichtig, darauf nicht verzichten zu können und warum ist das das beste Mittel der Wahl? Ja, sie haben selber Schulden und sie haben eine Million Tote, wurden überfallen zum vierten Wahl, 100 Jahren und haben eine Million Tote. und jetzt dem Feind die Schulden zu erlassen, nett zum Feind zu sein, aber braucht sehr, sehr viel Stärke. Man kann es verstehen, dass die verbittert sind, dass die sauer sind und dass sie nicht kompromissbereit sind. Ich kann die Motivation total nachvollziehen. Ich persönlich wünsche mir von einer Regierung, dass die ein bisschen drei Schritte weiterdenken und fragen, helfe ich meinem Land jetzt wirklich damit, dieses Volk, mit dem ich ja einfach leben muss, weil wir dieses gleiche Kontinent teilen, noch weiter zu knechten, helfe ich meinem Land damit? Und da ist meine subjektive Meinung klares Nein. Der erste Verlierer der ganzen Aktion ist Frankreich, aber das muss ich im Jahr noch zeigen, aus meiner Sicht. Und das lehne ich halt ab. Die Motivation nicht. Die Franzosen haben echt ein gutes Recht, sauer zu sein. Ich frage mich halt auch, was man, du sagst ja, man muss mit drei Schritten weiterdenken. Was haben die sich denn gedacht, was passieren wird? Also wenn ich da einmarschiere mit einem Schutztrupp offiziell, das sind aber alles, es ist jedem klar, das sind jetzt Soldaten, die dafür für Ruhe und Ordnung sorgen sollen. Was glaube ich denn, was passiert? Natürlich wird man nicht mit kooperieren. Teile des Landes haben eine Grenze Frankreichs am Rhein gesehen. Das haben die gesehen. Großes Frankreich, Grenze am Rhein und eine langfristige Friedensordnung, weil wir sitzen am Rhein und die Deutschen können uns alle nichts. Ja, okay. Nicht alle. Und Teile der Franzosen wollten einfach nur an Kohle kommen, um halt die Heizung anzumachen und die Schulden zu bezahlen. Also das heißt, man nimmt das im Kauf, dass man wahrscheinlich am Anfang gar nicht so viel mit den Maschinen, die man dann da auch probiert zu benutzen, umgehen kann. Hauptsache, man steht jetzt da und hat dieses Gebiet erst mal unter Kontrolle. Mein Eindruck ist, von den Quellen, die ich kenne, dass die das unterschätzt haben. Dass die gedacht haben, wir marschieren da ein. Das Ruhrgebiet ist ja auch das letzte Stahl- und Kohlegebiet Deutschlands. Das ist auch eine entscheidende Schwächung des Gegners, weil das schlesische Gebiet ist ja teilweise in Polen. Und man hat sich schon einen wirtschaftlichen Vorteil erhofft und eine entscheidende Schwächung Deutschlands und langfristig die Friedensordnung mit dieser Grenze oder vielleicht diesem Pufferstahl. Übrigens, die Polen, wo du sie gerade erwähnst, die begrüßen übrigens den französischen Schritt. Ja, logisch. Die haben ja genauso Angst vor Deutschland und zu Recht. Ja, das muss man dazu sagen. Deswegen, wenn da einer kommt und sagt, ich habe hier den Plan, wir kriegen das Geld, was wir sonst nicht bezahlt bekommen und vergrößern unser Territorium und erzeugen eine Friedensordnung und haben diese erträumte Rheingrenze. Das ist ja, das klingt ja erstmal, und wir haben ja auch diese Riesenarmee, die muss man ja auch verwenden, die ist ja auch teuer und der Gegner kann auch nichts machen. Und muss ja auch einen Berechtigungsgrund haben. Und es kann ja keiner was, wenn die Letzten, die noch ihre Armee intakt haben aus dem Weltkrieg. Ja. Das klingt ja erstmal alles, na, also. Aus so einer vorhundertjährigen Sicht, wo man sehr viel mit Militär argumentiert hat, ergibt das schon irgendwie Sinn, ja. Und wenn man jetzt, die Motivation ist völlig nachvollziehbar, muss man respektieren. Jetzt ist halt die Frage, ist das die richtige Lösung des Problems, was man hat? Und Privatmeinung, nein. Auch die Franzosen schneiden sich dann so ins eigene Fleisch, weil die Besatzung, die kostet viel Geld. Man wird dann gehasst. Quasi ist ja genau das, was die Deutschen mit Elsass-Lothring gemacht haben, wird dann gehasst ohne Ende. Und international ist er Frankreich isoliert. Also USA und England sind die Franzosen als Friedensstörer. Und auch Italien, die noch auf dieser Friedenskonferenz vom 4. Januar auf die französische Seite unterstützt hat, die ziehen sich jetzt auch zurück, nachdem sie das so machen. Eigentlich waren wir dafür, aber jetzt, wo wir sehen, was hier passiert, ziehen wir das zurück, weil wir haben das unter anderen Voraussetzungen zugestimmt. Tja, da sollte man sich mal fragen, ob das dann der weiße letzter Schluss war. Ja, ob das wirklich gut war. Andererseits, man muss auch immer anerkennen, es gibt hier keine Traumlösung, es gibt keine Lösung, die irgendwie, there are no low-hanging fruits, es gibt keine niedrig hängenden Früchte, die man einfach einsammeln kann. Das ist ein komplexes Problem, wo keiner eine richtige Antwort hatte. Ja, das ist auch schwierig mit diesen ganzen Schulden dann in den USA. Ja. Wir würden sagen, die müssen sich alle die Schulden erlassen oder jetzt schon die Europäische Union gründen und gemeinsam Wein trinken. Schüleraustausch. Ja, nach so einem Krieg. Die Bevölkerung war verbittert. Da sitzen Millionen Waisenkinder oder verkrüppelte Leute auf der Straße in Frankreich, genauso wie in Deutschland. Und die Leute verlangen, dass der Feind bestraft wird. Aber ich finde, das zeigt uns auch immer noch, mal wieder, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg da deutlich bessere Schritte mitgemacht hat. Genau, da wurde aus meiner Sicht falscher Motivation. Keiterkrieg ist richtig getan mit dem Marschallplan der Europäischen Union auch. Ja, ja, okay. Aber auch mit dieser Einheit, dass die Franzosen, Deutschen sich da teilweise unter Kohle und Stahl dann noch, also da wirtschaftlich verflechtet wurden, hat er gezeigt, ja, wer wirtschaftlich verflechtet ist, macht halt keinen Krieg miteinander, gegeneinander. auch diese Schüleraustausche. Ich finde, ich glaube schon, dass die auch was damit beitragen, dass zumindest mehr Verständnis da ist für die jeweils andere Seite. Ich frage mich halt, wenn es damals nicht so eine krassen Probleme, Krisen gegeben hätte, wie würde die, wie würde unser Verhältnis zu den Franzosen heute aussehen? Werden wir immer noch so verbittert und würden die Franzosen immer noch so als Feind ansehen? Oder hätte es trotzdem mit der Zeit diesen Austausch und diese wirtschaftliche Verflechtung gegeben? Also der Franzose wird ja heutzutage als deutscher Freund angesehen. Ich hoffe, andersrum ist das auch so. Ich denke, ja. Frage ich mich manchmal so in einer Spider-Man-Alternative-Universe-Welt. Man weiß es nicht. Die Ereignisse damals haben bis jetzt dazu geführt, dass beide Regierungen versuchen, europäisch zu sein und immer zusammenzuhalten. Es gab noch nie, dass sie sich gegenseitig auf europäischer Ebene nicht irgendwie zusammengearbeitet haben. Ja, letztes Jahr gab es da, glaube ich, ein paar Probleme. Aber war auch ein ganz schönes Krisenjahr 2022. Aber es gab Detailfragen. Da gab es Detailfragen, welches Detail, aber die Strategie war immer klar. Ja, das stimmt. Und ja. Ich grüße an dieser Stelle alle französischen Zeitreißenden. Ja, ich auch. Salut. Da kann man auch positiv festhalten, nicht kann man, das mache ich jetzt einfach mal, die Welt ist besser geworden. Das ist schön, dass wir hier Frieden gefunden haben in Europa. Das stimmt. Zumindest in Westeuropa. Ja, das muss man dazu sagen. Ich sage immer gern, ich bin geboren in einem Land vor unserer Zeit, der DDR. Es wurde auch vor 100 Jahren ein anderes Land vor unserer Zeit, was es heute nicht mehr gibt, gegründet. Welches, Steffen? Ach, diese Überleitung, Luis, die ist ja Wahnsinn. Wir reden über die Gründung der UDSSR. Luis, ich bin ebenfalls in deinem Land geboren worden, was es heute nicht mehr gibt. Frage, vielleicht hast du es auch gelesen, vielleicht lustest du es auch so. Ich hoffe, wir werden so richtig alt. Ich freue mich jetzt schon draus, da mein Sohn, wenn ich dann so 90 bin, diese Urkunde zu zeigen. Das Geburtserkunde, ja. Mit dem Hammer und dem Sicher. Und zu sagen, ja, haha, ja, genau. Machst du noch den sozialistischen Gruß dabei? Ja. Luis, wofür steht denn UDSSR? Union der Sowjetrepubliken. Also das ist dieser Zusammenschluss, das ist ein Zusammenschluss von Staaten, sowjetischen Staaten. Genau. Und ich lese es ehrlich gesagt auch ab. Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. Es läuft ein Jahr von der Zunge, UDSSR. Diese Abkürzungen sind auch furchtbar gewesen. Die wird gegründet am 30. Dezember letzten Jahres, aber trotzdem noch ein Thema für diese Folge. Erstaunlich, aber ich hätte jetzt gedacht, dass wir die schon längst hätten. Wir haben doch schon längst die Kommunisten seit 1917 an die Macht. Wie hieß denn das, was wir bis jetzt hatten? Es gab noch keine Sowjetunion? Ich habe ehrlich gesagt, also es ist Russland. Es ist halt eine Bauern- und Arbeiterrepublik gewesen. Okay, das war halt dieses Nachfolger vom sozialistischen Russland. Jetzt haben wir diese Union, wo diese Republiken, okay. Es ist die, doch, hier sehe ich es gerade, entschuldige. Es ist die russische Föderative Sowjetrepublik, kurz RSFSR. Okay, jetzt haben wir die UDSSR. Jetzt hatte ich schon einen Grund, warum das nicht so auf dem Buch stand, weil das ist ja, das kann man sich nicht merken. Gut. Aber lass uns doch mal kurz diesen Punkt nehmen, dass dieses Thema Russland-Revolution, das begleitet uns ja schon seit einigen Jahren, auch schon 1917. Ich habe das als Anlass genommen, um mal rauszusuchen, die jüngste russische Geschichte aus V100-Sicht in der Natschel. Ja. Und zwar, als wir damals schon über die Revolution 1917 gesprochen haben, über die Februar-Revolution, die gerade ein Bild im Kopf wie du und in der Weihlussschale sitzt und damit so kleine Streichhäuser paddelt. Genau. Das ist das wertvoller Beitrag von mir. Bitte fahre fort. Vor allem bei meiner Größe muss diese Natschel sehr, sehr groß sein. Ja. Steffen ist, ich habe ihn noch nie gesehen, aber Steffen ist nicht klein. Manche haben ihn schon gesehen. Ja. Ja. Da kommen wir zurück zur Föderativen Sozialrepublik, kurz RSFSR. Und wie die eigentlich so entstand. Und als wir damals über die Februar-Revolution gesprochen haben, die laut unserem Kalender eigentlich im März war, aber laut deren Kalender im Februar, hatten wir auch schon erwähnt, dass so die ersten Revolutionsgedanken im damaligen Zarenreich 1905 schon waren und es da auch große, blutige Auseinandersetzungen Auseinandersetzungen gab, weil auch damals schon die wirtschaftliche Lage nicht so gut war. Russland war vor, es war um den Zeitpunkt ja auch kein Industriestaat, Industrieland, sondern hatte eigentlich eher so Agrarbauern und denen ging es auch nicht so gut. Die sind verhungert. Ja. Volumodor in Ukraine, also die Millionen Tote. Dann kommt es zum Weltkrieg mit dem Deutschen Reich. Da macht sich das russische Zarenreich am Anfang eigentlich gar nicht mal so schlecht. Es gibt ja viele Gebiete, die erobert wurden, die sich dann das Deutsche Reich aber wieder zurückerobern. Da gibt es ja auch diese Schlacht vom Tannenberg und dann gibt es auch zahlreiche Gefechte um Pschimügel, falls du dich noch daran erinnern kannst. Und dann kommt es zu immer schlechteren Situationen im Zarenreich letztendlich dann zum Putsch. 1917 Lenin fährt dann mit dem Zug nach Russland. Wir haben berichtet in der Folge 63 mit dem Namen. Sozialistische Kloordnung. Genau. Weil im Zug hat Lenin natürlich eine Ordnung festgelegt, wer wann und wie und überhaupt das Klo zu verwenden hat. Ja und ich glaube nur deswegen kam der Zug pünktlich an. Ja, gar nicht wichtig. Dann kommt es dazu, dass ganz viel Chaos herrscht im Land und man bildet zuerst eine bürgerliche Regierung, an der sich Lenin aber nicht beteiligt. Und ich weiß immer, das ist immer dein Punkt, an dem du einsetzen musst. Warum hat er sich damals nicht beteiligt an der Bildung einer bürgerlichen Regierung? Und zwar Lenin hat, das fand ich sehr, sehr schlau von ihm, eine Theorie der Revolution formuliert und er hat gesagt, die kommunistische Revolution kann erst erfolgreich sein, wenn die bürgerliche gescheitert ist. Also wir hatten die Zaren und der Zar wurde halt gestürzt und dann kam eine bürgerliche Regierung demokratisch an die Macht und da wurde nicht mitgemacht und erst als die dann auch nicht funktioniert hat, weil die militärischen Niederlagen immer stärker wurden, dann gab es die kommunistische Revolution. Genau und zum Zeitpunkt dieser Revolution dann tritt auch das Russland aus dem Krieg aus, es kommt zu einer Friedensverhandlung mit dem Deutschen Reich, wo ja das Deutsche Reich letztendlich den Frieden auf, also die Bedingungen selber formuliert hat und das war den Russen auch fast egal, was da drin stand, Hauptsache die wollten jetzt mal ihr Land da wieder auf Vordermann kriegen und nur aus diesem Krieg raus. Die bürgerliche Regierung scheitert dann, es kommt zur nächsten Revolution, der Oktoberrevolution, an der dann auch Lenin mit vorne ran ist, es kommt zu einer Arbeiter- und Bauernregierung und 1918, in dem Jahr sind wir jetzt, kommt dann Trotzki, der wird beauftragt, mit einer Führung, also die Rote Armee aufzubauen und es gab dann ja immer noch Gefechte zwischen dieser Roten und der Weißen Armee, Weiße waren so ein bisschen zahrentreu noch, also alles sehr, sehr unruhig da immer noch und dann springen wir mal, machen wir einen Sprung ins Jahr 1920, da hatten wir in Folge 110 das größte Land der Welt, Luis, worum ging es da? Und zwar da ging es um Polen. Ja. es war so ein Witz, was das größte Land der Welt, Polen, weil das hat keine Kreditsinn. Das gab es nicht. Dann kann ich die Folge noch mal anhören, da erklärst du es ausführlich, warum das witzig ist. Da hört man vielleicht auch noch, dass ich es nicht witzig fand, aber gut. Jedenfalls März bis Oktober, also März 1920 beginnt dann dieser russisch-polnische Krieg und ich glaube, da habe ich mich verschrieben, ich habe hier aufgeschrieben bis Oktober 1922, aber der war sehr kurz, der war 1920 schon vorbei. Ja, das ist 1920 gewesen. Da hat ja Piszewski, der polnische Mandela, hatten wir auch, das Wunder an der Weichsel herbeigeführt. Man muss sich vorstellen, da kam mal die russische Armee, wollte Warschau besetzen und die Polen galt, waren militärisch unterlegen, haben aber an diesem Wunder von der Weichsel gewonnen und Polen konnte weiter bestehen. und das war auch wieder so ein Auslöser-Moment bei den Russen. Es läuft schlecht, die Wirtschaft läuft schlecht, hier gibt es Bürgerkrieg mit der Roten Armee, denn Polen klappt auch nicht. Ab 1920 kommt es dann auch zu gewaltigen Hungersnöten. Wir haben dann auch gesprochen, später noch, über den Nansen-Pass, das war letztes Jahr, kann man auch nochmal Folge 130 hören, Rathenau ermordet. Und dann haben wir auch so ganz, ganz interessante Dinge wie Lenin, der dann 1920 auf einmal spricht, aufgrund dieser schlechten wirtschaftlichen Situation, über Privatisierung von Unternehmen, dass man das doch wieder ermöglichen sollte. Genau, dass die Selbstversorger gewinnorientiert arbeiten dürfen, in kleinen Grenzen und auch kleine Betriebe gewinnorientiert arbeiten dürfen, weil der Steinzeitkommunismus nicht funktioniert, dass halt Bauern ihre gesamte Ernte am besten abgeben an zentrale Stelle und dann davon auch wieder versorgt werden, dann haben die ja keinen Anreiz gut zu arbeiten und die Frage, ob die Planung auch so effizient gut sind, dass keiner verhungert, ist da auch dahingestellt. Also da trifft dann doch die Realität auf den Kommunismus. Die Folge, in der wir das behandelt hatten, war die Folge 109, der Kommunismus als Franchise. Richtig, weil man hat ja die Idee, dass der internationale, wie heißt diese Versammlung immer einmal im Jahr, die kommunistische internationale Kommintern, genau. Und da muss man halt nach Moskau fahren, zum Papst und die vertreten halt die Auslegung des Kommunismus, wobei ganz wichtig ist, dass Moskau verantwortlich ist und wenn man halt diesem Franchise beitreten will, bekommt man Support. Zum Beispiel Mao hat das immer gemacht, der hat es auch immer geschafft, geschickte Leute zu platzieren, die immer behauptet haben, dass er in China der führende Mann ist, auch wenn das nicht ist. Und so hat er immer ganz russisches Geld gehabt, das war ganz ganz wichtig für seinen Erfolg. Also du meinst das jetzt nur im übertragenen Sinne ist da der Papst, aber es ist halt für mich eine Religion oder eine Ideologie und die Auslegung in Moskau mit dem Anspruch, des Führungsanspruchs Moskaus ist halt, wenn man das macht, wird man auch Support. Und der größte Erfolg von diesem ganzen Kommentar-Ding war die erfolgreiche Revolution in China. Und trotzdem geht es dem Land aber jetzt nicht unbedingt so viel besser, diese Maßnahmen von Lenin wirken zwar, aber sehr sehr langsam, immer noch Hungersnote, hatten wir alles letztes Jahr nochmal. Und dann gibt es nochmal so ein paar Änderungen von Lenin, der die Parteistrukturen ein bisschen ändert, der will alles mehr auf dieses zentralistische Prinzip, die Partei in Russland ist die Führung und jeder, der mitmachen will, muss sich dieser Führung unterwerfen und da hat er auch noch ein bisschen die Strukturen von der Partei umgebaut, umgestellt, er hat auch sowas wie Frankitionsbildungen untersagt und kommt dann jetzt letztes Jahr dazu, da tritt dann jemand auch auf die Bühne, da ernennt er Stalin und der wird Generalsekretär, man muss dazu auch sagen, Lenin geht es jetzt seit dem letzten Jahr immer schlechter körperlich, er hat zwei Schlaganfälle, eine Gehirnsklerose und ist am Rollstuhl gefesselt. Und langsam muss die Führung jemand anderes übernehmen und so wird letztes Jahr ein neues Amt eingeführt, das ist der Generalsekretär und Lenin, das finde ich jetzt sehr interessant, Lenin schlägt Stalin vor für das Generalsekretärsamt mit den Aufgaben, man spricht hier von einer Säuberung in Anführungsstrichen der mittleren und unteren Parteiorgane Arsch auf Eimer von allen oppositionellen Elementen. Selten wurde jemand Besseres für eine Aufgabe gefunden. Also Stalin galt da schon als rücksichtslos, der geht auch richtig rücksichtslos vor und es kommt zu starker Korruption während Stalin da vorgeht. Das gefällt Lenin alles nicht und im Hintergrund hat er noch mit anderen Staaten gesprochen, nämlich jetzt mit den Staaten, die dann am 30. letzten Jahres die Sowjetunion beschließen, die UDSSR, und wer ist denn das? Wer macht denn da mit Luis bei der Gründung? Ja, das wusste ich auch nicht. Ich hätte jetzt gesagt Russland, dann Richtung Westen Weißrussland, ich weiß nicht ob es damals eine Ukraine gab, die Beifelung, dann sicherlich ein Kaukasus von Haufen Ländern und Tans, Stans genau, also man spricht hier von Transkauasien, also da sind umfasst Georgien, Armenien und Aserbaidschan, den Rest also genau so. Und dann weiter rechts, da wo Kasachstan ist, da gibt es ja auch noch, da gibt es Kasachstan und noch andere Stans, Turkmenistan, Usbekistan, die bestimmt auch. Ja, also ich ziehe das mal alles unter diesen Hut von diesen Transkaukasien. Okay. Es umfasst. Und vielleicht die Mongolei, ich glaube die war damals russisch, oder? Vor 100 Jahren? Das weiß ich nicht. Da gab es doch einen Krieg mit China, vielleicht eine eigene Kiste. Das ist keine Ahnung. Jetzt in der Zeit von vor 100 Jahren, ich war mal in der Mongolei, die schreiben mit kirillischen Buchstaben und das wurde Anfang der 20er Jahre alles gegründet. Das liefere ich nochmal nach. Okay. Schätze mal, wie viele Millionen Menschen jetzt nach dieser Gründung Bürger der UdSSR sind? 140 Millionen. Nah dran, 134 Millionen. Oh! Ich bin überrascht, Luis. Weiß geschätzt. Ja. So, wie ist das da mit der Machtaufteilung? Das habe ich mir auch kurz angesehen. Es ist, also um es kurz zu nennen, es ist kompliziert. Auf der einen Seite, weil es 1000 Komitees gibt und Sowjetkomitees und hier und da. Weil ich glaube, andererseits hat einfach nur Moskau das Sagen, oder? Genau. Auf der anderen Seite ist einfach nur, die Führung ist die Partei und die sitzt in Moskau. Ja. Es gibt hier in diesem Zentralexekutivkomitee 371 Mitglieder und letztendlich werden die so verteilt proportional oder zu diesen, zu den Ländergrößen und also Einwohnerzahl. Größte Fraktion ist hier dann eindeutig Russland mit 270 und dann Ukraine 68, Transkaukasien 26 und Weißrussland ganz unten mit 7. Lenin. Lenin, der jetzt nicht mehr so wirklich fit ist gesundheitlich, wird zum Ehrenpräsidenten ernannt und Stalin hält eine Rede. Es war, als Lenin da so mit diesen anderen Ländern sich verabredet hat, eine UdSSR zu gründen, hat er immer gesagt, ja, ihr dürft eigenverantwortlich sein und ihr dürft auch autonom sein, ihr dürft auch wieder austreten und so weiter und jetzt kommt aber Stalin und hält eine Rede als Generalsekretär. Stalin ist bestimmt ein ganz großer Fan von Autonomie. Also formell steht hier, bekennt er sich zu der von Lenins propagierten Autonomie, aber er lässt auch in seiner Rede durchblicken, dass er es sehr deutlich macht, dass man dem demokratischen Zentralismus folgen muss. Also die Leitung ist die Partei und die kommt aus Russland. Das sieht Lenin damals schon als großes Problem, weil es sind halt nicht alles Russen, sondern es sind halt noch Weißrussen, Ukraine und so weiter dabei. Es sind auch nicht wenige. Von den zentralasiatischen Genossen wollen wir auch mal gar nicht reden und den jakutischen Genossen. Und Lenin gefällt auch nicht, wie Stalin vorgeht, um diese sogenannten Säuberungen zu machen, denn da geht der Sechs Skrupelus vor. Und jetzt kommt, Luis, du hast dir rausgesucht noch eine Meldung von diesem Jahr vor 100 Jahren, also 1923. Ja. Lenin fordert die Absetzung von Josef Stalin. Na, das hat mich überrascht. Es hat mir wenige Monate gehalten, ja. Ist im Rollstuhl, schwer gezeichnet, weiß auch, dass es mit ihm zu Ende geht und ist der Meinung, dass als Generalsekretär Stalin nicht geeignet ist, denn er wäre zu grob. Wir bräuchten jemanden hier in Russland, der toleranter, loyaler und höflicher wäre. Alles Eigenschaften, die Stalin nicht hat. Kann man so sagen. Ja. Also, ich finde es ja, ich finde es ja schon schlimm. Ich hatte letztens, glaube ich, so eine WDR-Zeit, nee, das war nicht WDR-Zeit, das war auch eine Folge von, von Wrennd, mit Holger Klein. Er hatte auch so eine Geschichtskategorie und ich glaube, die haben sich auch über die Gründung der UDSSR unterhalten. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ging es in dieser kleinen Passage darum, dass zum Zweiten Weltkrieg sich die Briten auch erst mal bewusst dazu entschieden haben, erst mal gegen Hitler vorzugehen und danach gegen Stalin, weil sie Hitler als noch größere Bedrohung sahen. Das ist aber auch so eine Wahl zwischen Post-Pest und Cholera. und ich erinnere mich gerade noch, wie Holger sagt, das muss man sich mal vorstellen, wie schlimm Stalin war und wie schlimm, noch schlimmer denn aus britischer Sicht denn nochmal Hitler war. Also auch Stalin war ja ein nicht gerade zimperliches Mäuschen. Solange Hitler den Krieg nicht erklärt und Bomben auf London schmeißt, hätte er wahrscheinlich die Wahl gewonnen. Glaube ich. Bin ganz sicher. Wahrscheinlich, ja. Also Stalin wird uns jetzt noch einige Zeit befolgen. Also auch wenn hier steht Lenin fordert die Absetzung von Stalin, das wird halt nicht passieren. Ja und aber Millionen-Euro-Frage in der Kommunistenbar waren Lenin und Stalin Freunde? War Lenin begeistert über das Stalin das Ruder übernommen hat? Wie war deren Beziehung? Jetzt quasi sondern Lebensende hat er es bereut und war gegen ihn. Gegen seinen Nachfolger. Ja es gibt hier es gibt glaube ich da irgend war das da oder war das in diesem Buch hier da wird auch noch mal was zu Stalin gesagt ich kann es auch noch mal kurz raussuchen seit 65 Josef Stalin wird hier wird hier noch mal kurz erwähnt als er zum Generalsekretär nämlich im April letzten Jahr noch ernannt wurde also da waren die sich noch fein beide Jahrgang 1879 kann man ja auch noch mal erwähnen und dass der schon dass der schon in Georgien mit unterwegs war und dort auch schon probiert hat dass die Bolschewiki dort dort den Sieg erringen und da war er wohl auch schon nicht gerade zimperlich also man hätte es wahrscheinlich auch schon erkennen können und er wurde trotzdem als Generalsekretär beauftragt also Gewalt war Mittel der Wahl Lenin ist mit der Ausmaß und der Art und Weise unzufrieden und das lässt aber auch durchscheinen dass Lenin wahrscheinlich auch kein zimperlicher Mensch war Nein Wenn das bescheidene Ziel die Weltrevolution ist dann wäre das auch eine hinderliche Eigenschaft und ich bin mir nicht sicher wir sind jetzt nicht so lange gewesen wir lebt nicht sehr lange in dem Land in dem wir geboren sind Nein bin ich auch nicht traurig drüber ehrlich gesagt aber ich glaube dass da auch noch mal eine andere Sicht auf Lenin eine sehr glamouröse und verklärte Sicht auf Lenin beherrschte Ja Neulich ein Antiquariat wo Lenins Werke waren das ist eine rote Ausgabe mit zig Wänden Wobei Lenin selber im Laufe dieses Podcasts hat mich mehrmals positiv überrascht dass das doch ein bisschen tiefer war als sehr sehr tief was er gedacht hat überraschend schlau Also mich hat er am meisten überrascht damals mit dieser Privatisierungsrede Das hätte ich nicht erwartet dass sowas denn aus seinem Mund kommt Der war überraschend pragmatisch und realistisch Der war kein verklärter Intellektueller der da irgendwie was vom Pferd erzählt hat und dann mussten andere das irgendwie umsetzen mit Gewalt sondern der hat eigentlich viel gewusst und viel vorhergesehen Ja auch dass ein Klo auf so einer Zugfahrt verstopfen kann sei denn man macht pragmatisch eine Kloordnung Und die ist dann leninistisch nicht industrialistisch eine leninistische Kloordnung und die gab es wirklich Ich würde sagen ich habe noch eine Meldung und zwar parallel wo im Westen das Ruhrgebiet besetzt wurde wurde am gleichen Tag besetzt Litauen ein schmales Gebiet in Ostpreußen Ostpreußen war damals Teil des Deutschen Reiches und da gibt es an der Küste das nennt man das Memelgebiet das ist so ein Wort vom Vorsatz das ist quasi das wenn man sich heute Litauen vorstellt da der Küsten streichen das war früher deutsches Gebiet auch deutschsprachig gewohnt nennt sich das Memelgebiet der Grenzlos von Deutschen Reich zu Litauen war die Memel deswegen heißt eine nicht mehr verwendete Strophe des Deutschlandliedes von der Edge bis an der Memel und dieses Gebiet wurde besetzt von Litauen und dieses Gebiet wurde nach dem Ersten Weltkrieg unter alliierte Verwaltung gestellt eine Entscheidung ist noch nicht herbeigeführt das ist sozusagen von dem Alliierten Verwaltet es gibt keine deutschen Truppen die dürfen da auch nicht agieren und die Truppen die hier stationiert sind sind Franzosen und die gehen nicht gegen vor gegen die Litauischen Truppen aus dem Grund wahrscheinlich und die Deutschen sind nicht in der Lage hier etwas dagegen zu tun und deswegen ist das Memelgebiet jetzt von Litauen besetzt und wie gesagt da wohnen aber Deutsche wann war das was ist da für ein Stichtag 10. Januar ein Tag bevor der einmal es war genau gleichzeitig das ist ja schon interessant konnte man ja dann haben die Litauer wahrscheinlich dann auch ihre Chance gewittert richtig und da hat man als Regierung glaube ich schon eine volle Tagesordnung ja wenn die Vazosen da einmarschieren die Litauer hier du hattest noch eine Meldung hattest du mir erzählt und zwar du hast ja so eine Passion für das griechische Königshaus das hatten wir schon mehrmals und du meintest der wäre gestorben der hieß doch Konstantin der Erste 54 Jahre alt ja genau also das ist nur eine ganz kurze Randnotiz wir hatten ihn letztes Jahr mehrmals den türkisch griechischen Krieg und war ja der Konstantin der Erste griechische König der mehrmals in Griechenland König war weil er auch zurückgetreten ist ja im Weltkrieg ist er zurückgetreten und kam danach aber wieder und musste dann aber abdanken als diese griechischen Truppen einfach von den Türken so so groß besiegt wurden dass er auch die griechischen Gebiete an die Türken dann überging dass er sich nicht mehr halten konnte ist dann ins Exil gegangen und jetzt kurze Zeit später tatsächlich gestorben ich habe geguckt ob ich finde woran er gestorben ist weil du sagst es ja schon 54 Jahre ist jetzt nicht viel habe ich leider nicht gefunden vielleicht kennt das jemand von allen von jemand vielleicht irgendjemand der uns zuhört weiß es vielleicht da frage ich mich ist das vielleicht auch so man geht ins Exil hat alles hinter sich gelassen und und dann stirbt man also weil man nichts auch keinen Sinn mehr hat die hatten ja noch die Reste der spanische krippe meinst du der nächste könig der in der spanischen krippe getötet gestorben ist naja die hatten ja noch vielleicht kann man ja alles sein ja genau also das das hätte mich mal interessiert das habe ich leider nicht gefunden vielleicht weiß du irgendjemand was weiß jetzt wieder eine krippe zeit auch noch hier am 11. januar wo gestorben ist und und ich weiß noch du hattest das ja mal ausgearbeitet dass sie drastisch lang noch in Wellen wieder kam das stimmt ja das stimmt auch der ähm der ehemalige ehemalige könig österreich ungarn ist doch auch daran ja karl also im exil liebe ja wir wissen das nicht was ich damit sagen will ich wollte darauf hinaus dass man das nicht wissen kann aber wenn dem so ist dann möchte ich hier an alle könige und königinnen ähm erwähnen wenn ihr in sex hier geht lasst euch impfen lasst euch impfen lasst euch immer impfen hier besonders und immer fleißig tee trinken ja dann würde ich sagen kommen wir zu den meldungen von harry kessler harry kessler hat sehr viel geschrieben ich mache es diesmal wirklich kurz versprochen ähm er war in London und Paris in der Zeit von 100 Jahren und das ist insofern halt wirklich auch interessant weil er war dann parallel zur Reparationskonferenz in Paris bevor du jetzt weitersprichst Luis eine Frage also ich finde das bemerkenswert denn du hast diesen riesigen Klopper von Tagebuch jetzt vor mir wir sitzen uns hier gegenüber und ich sehe dass dieses Buch jetzt fast genau zur Hälfte aufgeschlagen ist und du sagst im Mai endet das Buch und dann fängt der nächste Band an richtig das heißt die Hälfte des Buches ist jetzt noch von heute bis zum Mai ein Viertel also man muss sagen das Buch hat 1100 Seiten und davon sind 300 Seiten Anhänge Kommentare Zitate Quellen das heißt sie haben jetzt noch 300 Seiten bis zum Mai ohne es zu wissen was ich weiß ist die Eule wurde ja in London Botschafter wahrscheinlich hat er dann die Feder gewetzt wahrscheinlich sind halt pro Tag mehrere Seiten bis Mai ich habe viel zu lesen wann war der erste Eintrag aus diesem Buch nach dem ersten Weltkrieg das ist das Band von 19 19 bis 23 also wow zwei also die Hälfte bis hierher und dann nochmal ein Viertel nur bis Mai ja dieses Buch begleitet mich jetzt und uns und auch alle die zuhören seit vier Jahren da muss ich die nächste Bank kaufen ich habe schon geguckt auf dem Konto ist noch Budget auf dem Konto sind noch die 5 Euro Budget aber noch ein bisschen Puffer diese Bücher kosten ja ich sage nicht dass es buchbillig ist es geht auf es reicht für das nächste Band da hole ich das also er ist ja in Holland auf dieser Konferenz die letztes Mal Konferenz und reist nach London erster Eindruck ist dass sich die Läden nicht verändert haben alles solide und geschmackvoll aber solide und geschmackvoll London ist halt mal sein Niveau seine Hut sein Block das ist auch so wie ich eine Stadt wenn ich kommen würde wie ich sie beschreiben würde sie ist sehr solide und geschmackvoll vor allem auch so London kommst in London an in den besten Läden und sagst ja geschmackvoll und solide kann man mit arbeiten das ist der Inbegriff der Solidität und Geschmackfähigkeit genau also sozusagen fast überbieder er sagt aber es ist nicht so viel Leben und Luxus wie 1914 das würde ich ihm glauben dass er das gut beurteilen kann und dann stellt er fest dass Deutschland in England sehr unter der Kriegspropaganda leidet sprich die Deutschen sind unbeliebt er hätte das gedacht er hätte das gedacht und er geht ganz ganz viel essen und trifft Leute und beredet vor allen Dingen hoch intellektuelle Themen über Völkerbund Ausgestaltung oder langfristige Friedensordnung Reparationspläne es kesselt wieder ja und das überspringe ich diesmal er hat halt einen Beitrag eine Meldung aus dem Parlament beigelegt zu diesem Flieger was ich spannend fand dass die französische Luftwaffe doppelt so viele Fliegflutzeuge hat wie die englische und das hatte ich aber schon erwähnt um einfach diese Größenverhältnisse nochmal darzustellen dass Frankreich militärisch führend ist und er berichtet über die Reparationskonferenz und in seinen Eintrag vom 2. Januar berichtet er seine Meinung dazu er ist auch in Paris er ist ja dann nach Paris gereist und er spekuliert er sagt ein Kompromiss wird herauskommen er glaubt dass diese Konferenz zu einer Einigung führt Kessler hat sich geirrt er denkt dass diese Position zwischen Fendung und Zahlungsausschub dass man die zusammenkriegt also hat er doch keine allwissende Glaskugel ne und am 3. Januar schreibt er über die Konferenz und am 4. sagt er schon es wird einen Abbruch geben und und am 5. schreibt er dies auseinander gegangen und hat geschrieben Aufrechterhaltung der Entente Fragezeichen ja also der Bruch ist also kommt bis zu ihm an ja der Bruch kommt bei ihm an und und dann berichtet er die nächsten Tage über diese Ruhebesetzung das war dem Zeitgenossen klar das kann man nicht geheim halten dass das eine sehr realistische Option ist so ein bisschen wie letztes Jahr wo dann die Truppen um die Ukraine rumging so so ähnlich wird es hier beschrieben wie die Besetzung stattgefunden hat und am 11. Januar berichtet er gleich dass Essen besetzt wurde das ist wahrscheinlich auch so eine Nachricht die dann gleich um die Welt ging ja genau und damit würde ich das tatsächlich sehr kurz halten ich habe ganz viel übersprungen ich habe mir das gelesen und das war wirklich sehr sehr viel was was für mich nicht mehr wert gebracht hätte das hier zu erzählen okay da bin ich aber mal dann gespannt wie das sein wird wenn er dann in London so viel schreibt ob das jetzt häufiger passieren wird weil einfach weil auch der Output deutlich größer ist ja das sind die Themen die wir jetzt auch schon sehr viel hatten und wir haben auch unsere Sichtweise dargelegt ich denke mal das ist was man sagen kann dass Harry Kessler das natürlich ablehnt selbstverständlich sowohl als das hätte ich jetzt auch so erwartet richtig er hätte es auch für Quark aber das haben wir eigentlich alles gut dargelegt ich möchte das in neun Monaten wiedergeben ich würde das heute als Harry Kessler Teil lassen es ist akzeptiert ja ich bin trotzdem ich finde es trotzdem gut Luis dass du bis hierher zu mir dieses riesige Buch mitgenommen hast ja das ist wirklich ein riesen klopper habe ich jetzt mitgenommen aber gut ja danke dir auch dass du es kurz gehalten hast ja ich mache das also ich habe mir das gelesen und irgendwie wenn ich das wenn ich mich da selber nicht viel begeistere dann dann erzwinge ich es nicht habe ich mir vorgenommen gut ich glaube dann war es das mit der letzten Folge der Staffel richtig also ich würde nochmal zu einem längeren Urlaub in Übersee da wo die Sonne scheint und das ist wirklich so ich sage nicht wo aber es sind 25 Grad und Sonne und da werden wir nochmal den letzten Teil von einer Elternzeit genießen ich werde hier in Berlin die Stellung halten mich ins Bett einmurmeln und gucken ob es da auch 25 Grad wäre und die Heizung umarmen und den Regen bewundern von drinnen na die Heizung mache ich probiere ich auszulassen ja besser ist ja dann sehen wir uns zur Sommerstaffel wieder das Jahr 1923 zu den sechs Krisen die nächste Folge erscheint am 15.03.2023 bis dahin liebe Zeitreisende vielen Dank fürs Zuhören das war es auch schon wieder mit der Folge Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen vorhundertpunkt.de dort erfahrt ihr auch wie ihr uns unterstützen könnt vielen Dank so ich vergesse mal muss ich auf den oder auf den drücken auf den ist gibt game i akis sind im so i i i be action ie in new